Das mobile Einsatzkommando hat am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung in diesem Haus in Winterhude gestürmt. Hintergrund ist offenbar eine Großrazzia der Polizei gegen die Rockerbande Mongols. Ersten Angaben zufolge stürmte das MEK die Wohnung in der Gertigstraße mit mehreren Beamten. Ein Mann wurde in Handschellen abgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017